Promi Big Brother steht in den Startlöchern. Ab Montag, den 20. November, läuft die Show täglich live in Sat.1 und rund um die Uhr im 24.7. Livestream bei Join+. Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Erstmals bei Promi Big Brother gibt der große Bruder Content-Creatorinnen und Reality-Persönlichkeiten die Möglichkeit, über ihre Communities in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft einzuziehen. Big Brother vergibt für die neue Staffel Promi BB eine Wildcard für den Platz als Bewohner oder Bewohnerin in seinem Haus. Am Dienstag, den 7. November um 19.30 Uhr stellen sich neun Wildcard-Kandidaten und Kandidatinnen in Promi Big Brother die Penny Challenge live auf Join, dem nächsten Schritt auf den Weg in Richtung Haus. Wer kann sich für den Einzug in die Promi-Herberge qualifizieren? In der Challenge Show kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Join-App. Diese Content-Creator und Creatorinnen und Reality-Persönlichkeiten stehen zur Auswahl. Cenkow, Marco Cerullo, Nicola Glumag, Christina Grass, Matthias Höhn, Sophie Reintjes, Lena Civiora, Marco Strecker und Louis Streich. Wer die Wildcard ergattern kann, seht ihr in Promi Big Brother die Penny Challenge am Dienstag, den 7. November um 19.30 Uhr live auf Join.